Das ist die Chance. Sie geht runter und hält diesen Ball. Da zeigt sie ihr ganzes Können, war gar nicht mal so ungefährlich. Der Versuch. Riesenglück, dass da die Latte rettet. So, da ist die Führung, absolut verdient, oder? Ja, das machen sie gut, setzen hier. Gut gemacht, sie kann hier das Gegentor verhindern. Jetzt wechseln sie hier aus. Sehr gutes Technik, das war wichtig. Alles richtig gemacht von der Schiedsrichterin hier. Gelbe muss es geben. Auf jeden Fall war gelbwürdig. Da ist sie auf dem Posten und hält. Sie wechseln also aus. Das ist das Tor für Deutschland. Magul. Schöner Konter, aber dann dieser Abschluss. Ja, und das wissen sie natürlich auch, so was darfst du nicht liegen lassen, da musst du abgezockter sein. Das könnte die letzte Gelegenheit sein, wenn sie jetzt treffen, gewinnen sie das Spiel. Da war das Tor natürlich leer, überhaupt kein Problem. Ich bin gespannt. Das war's. Kurz dieультes von Died Luftfahrten. Vielen Dank.